Ich werde gleich gleich noch den Fischi trollen. Ehm, einen Platz habe ich jetzt auch gefunden für mein Projekt. Da ist zwar in der Nähe gleich jemand, aber das soll mich eigentlich nicht stören. Der will ja nur eine Burg bauen. Aber die hat sich irgendwie seit, ich glaube, zwei Wochen nicht verändert. Von daher, glaube ich, geht das schon. So, habe ich jetzt alles. Brauche ich eine Pickaxe, eine Schaufel. Ich sollte mir vielleicht noch die Behutsamkeit mitnehmen für Dias. Jetzt hole ich mir ein bisschen Wolle und baue dem Fischkopf ein schönes Bärtchen. Schnauzer! So wie hier, so ein Lenz. Lenz und Partner Bart. Richtig große Schnotz. Eigentlich, ja, ich bräuchte, ich weiß nicht. Ich muss irgendwo mal so einen Minenstollen finden. Aber ich habe die befürchtung, dass wenn ich den hier suche, dass ich das, was ich suche, nicht finde. Ich brauche hier einen neuen Sattel. So. Der Schwierberater hat noch sicher was zu essen für mich. So. Würde ich da fast sagen, graben wir uns mal ein bisschen durch. Spielen wir wieder ein bisschen Maulwurf. Ey, es hat kein Mensch was zu futtern, ne? Ich muss irgendwas essen. Ich habe jetzt aber keinen Bock wieder hochzulaufen, hast du? Ja, obwohl du bist ja auch fast oben. Ja. Das ist ja immer gut, ne? Alle haben sie Tiere ohne Ende, aber nichts zu essen. Ich nehme jetzt ein paar Karotten mit, da wird ja schon nichts sagen. Vielleicht hängen Schild hin. Seins. Ich habe mir drei Karotten gelegen. Bekommst du nicht wieder. Ja, drei waren schon 50. Okay. Wächst ja wieder nach. Ja. Karotten. Schreibe ich hin. Karotten. Nein, verschrieben. Karotten. Auf zum Atem. Auf zum Atem. Wollt einfach nur hinschreiben. Karotten. Genommen. Bis später. Bisschen finster hier. So. Einmal hier wieder hochbauen. Und weiter geht's. Vielleicht stoße ich ja wirklich noch auf eine unerforschte Mine, was hier eigentlich so in unserer Region relativ... Ja. Ja, du könntest mal eine Bahn zu der anderen Insel nehmen. Ne, ich möchte ja eine Maya-Tempel eigentlich, aber eigentlich könnte ich mir das Zeug auch reinpacken. Könnte mir da gleich eine neue Mine machen. Ja, ich glaube das mache ich, denn hier bringt das nichts. Und außerdem bin ich da ein bisschen ab vom Schuss. Wobei das eigentlich nur 400, 600 Blöcke... Ja, ja, das könnte, das könnte so hinhauen, wie ich mir das denke. Bauen wir uns heute eine neue Mine in zwei, drei Folgen. Sollte nicht das Problem sein. Ein paar Rohstoffe mitnehmen. Bisschen was zu essen mitnehmen. Oh, mein Inventar wollte ich nicht ausblenden. Screenshot wollte ich eigentlich auch nicht machen. Wollte eigentlich auf meine Pickaxe wechseln. Na ja. Zack. Äh, dann lassen wir das hier, das hier... Das nehmen wir uns. Was gibt's Neues bei dir, Blaze? Kommen neue Sachen? Wie sieht's projektmäßig momentan aus? Gibt's ein Update für alle Zuschauer? Haben schon angefangen, ne? Also im Moment ist das Update eigentlich, dass zwischen sieben und acht Videos pro Tag kommen. Ah, ist ein gutes Update. Ja. Nur ein bisschen. So, Redstone packen wir hier rein. Kohle nehmen wir uns ein bisschen mit. Auf alle Fälle brauchen wir Holz. Ja. Ja. Für Kisten sollte ich mir vielleicht sogar noch ein zweites Stack mitnehmen. Was brauchen wir denn noch? Wofür? Ähm, ja wie gesagt, ich habe mir jetzt ein Plätzchen ausgesucht, wo ich meinen Tempel hinbauen möchte. Mhm. Und da soll es ja dann auch eine neue, ich sage jetzt mal, Stripmine-Mine geben. Die alte Leer? Äh, ne, die alte ist mir einfach, weißt du, egal wo ich hinbuddel, ich komme auf andere Tunnel. Ich hoffe nur, dass es da dann besser wird. Äh, und vielleicht wird es dann auch mein neues Zuhause. Oh, da zieh da um. Ja. Machst du mir dann dein Haus? Äh, das wird mein Zweitwohnsitz. Da habe ich ja noch hier mein Enchantment-Table und alles drin. Ich sollte mir vielleicht noch zwei, drei Dias mitnehmen, falls ich noch irgendwie ein Werkzeug oder so brauche. Ein neues. So, ihr seht da ja das Haus vom Fischkorb. Das wird jetzt verschönert. Äh, und wie lange hast du heute vor, noch aufzunehmen? Ja, ich weiß nicht. Das ist die Folge, die wir jetzt gerade auf, oder die wir schon aufgenommen haben. Das ist die, die gestern kam, so ungefähr. Ach, die hätte gestern kommen sollen, oder wie? Ne, jetzt, wenn wir jetzt schon in der Zeit sind. Das ist die für morgen, für uns, aber für den Zuschauer die von jetzt. Ah, okay. Da soll jemand durchblicken, ne? Ne, bei mir wird es im Moment auch ein bisschen knapp, ne? Also, ich habe zwar noch, glaube ich, so, hm, ich glaube sechs Folgen in petto. Ah, gute 20 Minuten, aber bei mir kommen ja täglich zwei. Das heißt, das ist eigentlich nur für drei Tage und ich habe das echt so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal nicht ignoriert, aber, äh, ja, ne? Ja, ich, ich, ich kam nicht zum Aufnehmen. Und ich habe im Moment ehrlich gesagt gerne, aber mach ihm kein Hitlerbärtchen, ne? Das ist auch gut, aber wenn ich ja nur zwei schwarze Worte mitnehmen würde. Arrrr, stellgestanden! Das wäre auch nicht schlecht. Ach, schade. Ne, ähm, ich habe im Moment gerne, äh, so ein paar Videos, oder ich möchte wieder ein paar Videos in, in Reserve haben, so für, ja, ich sage mal, eigentlich mindestens zwei Wochen und hätte er dann eigentlich geplant, zweimal die Woche zu streamen. Ich hätte da voll Bock drauf, ein bisschen mehr zu streamen, ne? Mh, ja, Maru, also, mein Kumpel hatte gestern einen Livestream gemacht in Hearthstone. Okay. Liefer auch sehr gut. Hm. Aber es ist, es ist halt einfach schwierig, äh, sag ich jetzt mal, einen Kanal zu führen mit vielen Videos und zeitgleich auch irgendwie noch zu streamen, ne? Ja. Eigentlich heißt es ja immer so, entweder oder, ne? Oder du machst es natürlich so, du streamst zwei-, dreimal die Woche und bringst dafür nur ein Video am Tag. Der Ball ist noch lange nicht fertig, ich habe mich links vermessen. Ich habe keinen Dreck, um mich hochzubauen. Na, ich habe auch keinen, ich habe ihn zu Hause gelassen. Okay, das geht zwei unter das Nasenloch noch hinweg. Da ist das Nasenloch und dann kommt noch einer und da darf der Spaß erst anfangen. Na, seit ich Optifine drauf habe, habe ich teilweise so, 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 so lila, schwarze Blockkästchen hier. Ah, die Grafikfehler? Ja. Obwohl das der gleiche Stein ist, ne? Aber, ähm, Optifine ist halt einfach was Schönes. So. Äh, ich wollte... Gott. Jetzt, wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Da kann ich ja gar kein Block setzen geschickt. Na, ich darf jetzt erstmal nochmal nach Hause laufen. Was haben Sie vergessen? Ach, wobei, ich mache mir jetzt zuerst die Mine. Genau. Und werde mir dann den Sandstein holen. Und, ähm, werde dann später quasi anfangen, äh, den Tempel zu bauen. So, mal Koordinaten öffnen. Das war bei... Ich muss in diese Richtung. Jo, genau. Aber, wie gesagt, da dürfte, da dürfte das eigentlich, na, nicht mehr so problematisch sein mit fremden Minen. Außer natürlich, äh, da hinten hat natürlich noch irgendwer, keine Ahnung, die gleiche Idee, wie ich gehabt. So. Wenn ich mich recht entsinne, müsste ich da zwischen den Bergen durch. Nein, mich ersaufen. Was los? Bist du abgestürzt? Ja. Beim Schnauzer stutzen abgestürzt. Ja, irgendwie meine Maus macht heute Mucken. Setzt manchmal Steine, die sie nicht setzen soll. Also, wir kommen jetzt noch einer. Weil der gerade bei Hardware bist, ich bräuchte mal so langsam ein neues Headset. Gut. Ey, meinem Haus drückt ab und zu hier einfach Wolle platzieren. Ich hab mir gerade gewacht. So, mal hier durch. Ich hoffe, mein Essen reicht, aber normalerweise schon. Ne, denn ich habe beschlossen, ich kaufe mir kein Headset mehr, wo die, die, die Ohrmuscheln mit Leder überzogen sind. Also, ich empfehle dir Razer Headsets. Also, es ist ja so, ich bin ja echt schon überlegen, da ich ja ein Mischpult habe, ne. Ob ich mir überhaupt noch ein Headset mit Mikro hole. Sondern nur reine Kopfhörer. Ne, nur. Ja, ich habe, ich nutze, das hat zwar Mikro, aber ich nutze es nur als Headset. Ja, aber das ist ja eigentlich schon wieder geil, dass man sich sparen könnte, ne. Weil das Schöne wäre halt natürlich, ich könnte dann das Mikrofon zeitgleich am Mischpult anschließen. Dann würde ich mir wieder einen USB-Port sparen. Obwohl ich eh genug habe. Aber trotzdem, ne. Warum, warum so viel Geld ausgeben? Und wie gesagt, ich, ich hasse mittlerweile die Kopfhörer mit diesen Kunstlederüberzügen an den Ohrmuscheln. Mhm. Die gehen immer so schnell kaputt, keine Ahnung. Vielleicht trage ich das auch zu viel. Ja, toller, das kann ja nicht Sinn und Zweck der, äh, Erfindung sein. Ne, das, das Problem ist halt, ich bin halt, ähm, eigentlich Brillenträger aus den Livestreams. Und wenn ich, äh, weggehe, habe ich Kontaktlinsen, ne. Aber, ähm, so, gerade wenn ich jetzt privat, äh, zocke oder beim Let's Play zocke, da schmeiße ich mir halt nicht die Kontaktlinsen rein, weil die irgendwann beim Zocken unangenehm werden. Kenne ich, habe ich aber auch damals eine Zeit lang gemacht. So, und jetzt ist es halt so, dass genau das Ende von meinen, von meinen Bügeln von der Brille, ne, hinten an dem, an, an dieser, an diesem Leder-Imitat dran sind, ne, und jedes Mal an dieser Stelle gehen mir die Ohrmuscheln kaputt. Also der, der Überzug. Und das nervt halt dann doch schon ein bisschen. So, dann würde ich fast sagen, das wird mein neuer Platz für den Tempel. Der ist vollkommen, und das, 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 das sieht dann auch, denke ich, richtig gut aus. Rundum ist hier quasi eine Bergkette. Und hier ist so ein ganz kleines Tal, da kommt mein Dings rein. Erinnert dann ein bisschen an den letzten Teil von Indiana Jones. Ist das auch ein Kühlschrank? Äh, nein. Das war, aber das, ne, ich mag ja die, die Indiana Jones-Teile, ne, so, so ist es ja nicht. Aber, so, so der letzte muss ich wirklich sagen, ne, weil du grad die Szene vom Kühlschrank sagst, ne, es war halt irgendwo ein bisschen, ne, ja. 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 Ne? So macht man das. Der Kühlschrank ist sehr sicher. Ja, genau. Auf alle Fälle immer, immer, immer zu empfehlen, das zu machen. So, passt das jetzt dann? Ne, ich muss da noch eins wegmachen, da kommen ja noch Stufen hin. Okay. Neu Minegraben, aber zumindest muss ich diesmal nicht so weit runter, weil ich nicht auf einem Berg wohne. Ich werde den Fischkopf wieder so lassen. Ja, das wird ihm wahrscheinlich noch gefallen, ne? Ja, ich glaube auch, weil mittlerweile, ich finde ihn nicht schlecht. Warum ist jetzt eigentlich schon wieder Nacht? Ups. Ja, ich finde das sieht doch echt gut aus. Ich habe jetzt auch ein Vollbad noch rausgemacht. Hat der nicht noch irgendeinen Totenkopf wirklich für so ein Adolf-Schnäuzerchen? Ja, der kommt, wenn er den wegmachen soll. Okay. Jetzt kann ich ihm eigentlich auch noch einen Piratenhut aus schwarzer Wolle aufsetzen und eine Augenklappe. Dann ist es aber fertig. Eine Augenklappe, das wäre es noch. Aber die Frage... Ja, das sieht voll gut aus. Das sieht besser aus als vorher mit dem Bad klasse. Aber die Frage ist halt, wie machst du dann quasi die Halterung von der Augenklappe, ne? Weil du kannst ja hier schräg irgendwie keine Dinger ziehen. Ich muss erstmal schauen, ob ich noch schwarze Wolle bekomme. Also wenn du die hier am Server nicht findest, dann weiß ich auch was. Und wenn ich dann... Dann mache ich doch den Hut, den Piratenhut und schreibe einfach mit weiß Dalu-Card rein. Oh, das sieht geil aus, der Schnäuzer auf Entfernung. Ich muss mir später wirklich mal wieder angucken, wenn ich mal wieder zu Hause bin. Aber ich denke, ich werde mir jetzt hier was Schönes bauen. Zeit wird es auch mal, von diesem Berg runter zu kommen. Oh, die Aiming-Skelette. Ey, was ist mit dem Skelett los? Das macht ja Dauerfeuer. Weil es kann, weil es das kann. Sonst brauchen die immer ein klein bisschen. Machst du dir voll aus? Muss ich jetzt hier wirklich auf Kies schwarze Wolle? Wo kriege ich denn viel schwarze Wolle? Äh, war das nicht bei den Kombo-Helden? Ja, war vielleicht auch... Ach ja stimmt, bei den Kombo-Helden könnte ich mal was aus den Kisten nehmen. Die haben doch hier so eine Extrem-Farm. Na, so viel Kies. Okay. Eigentlich müsste ich ja den auch noch weg machen. und da hier Stone hin machen. Das sieht irgendwie furchtbar aus. Da tut es auch der. Ne, ich glaube, ich muss meine Maus irgendwann mal ändern. Das stimmt was nicht. Ja, die Maus ist halt schon zu überbeansprucht, ne? Die möchte... Ne, sie schlägt automatisch irgendwann nach ein paar Sekunden zu. Deswegen habe ich auch immer einen Block gesetzt. Das habe ich nämlich gar nicht gemacht. Ja, die Maus... Die Maus möchte halt auch mal am Sonntag ihr den Frieden haben. So, dann kommt hier noch einer hin. Der Kies muss weg. Der Block hat aber auch gerade Extreme. Naja. Ähm... Essen. Also... Also irgendwie habe ich weiterhin das Gefühl, dass der Server hier auf hart oder so ist. Ne, ne, der Schwierigkeitsgrad wurde ja hochgestellt. Naja, das weiß ich ja, ne. Aber mir kommt es wirklich so vor. Auch mit der Essensleiste, wenn das hart wäre. Ach ja, da war ja noch was. Der muss auch weg. So. Tiefe? 48. Und ich habe noch ein kleines Stück vor mir. Wo willst du denn hin? Auf die Tiefe 11. Ja, wir haben Diamanten suchen. Nö, aber wie gesagt, ich möchte halt hier... Na, klasse. Okay, also wir haben schon mal eine Höhle gefunden. Das heißt, wir werden hier mal auf Erkundungstour gehen. Ob wir hier vielleicht einen Minenstollen oder so finden. Für einen Sattel. Oder für was anderes Schönes. Oder für eine Pferderüstung. Also hier ist schon mal Sackgasse. Das ist schon mal gut. Da bleibt die Erkundung relativ kurz. Und die andere Richtung. Wo geht es da hin? Oh ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Zack. Ach du Scheiße, das Ding ist ein bisschen groß. So, immer schön die Fackeln links setzen, damit man auch den Weg wieder nach draußen findet. Sackgasse. Zack. Sollten wir dann vielleicht auch gleich mal ein bisschen Kohle noch mitnehmen zusätzlich, damit ich mir Fackeln machen kann. Denn sonst wird es ja wieder ein schwarzes Bild für meine Abonnenten. So, gleich mal ein paar mehr machen. Okay. Diese blöde Schafarm, ey. Die ist so laut. Und ruckelt vielleicht auch ein bisschen? Ja. Alles nicht so schlimm. Musst du ja auf jeden Fall Reparaturen an der Maus vornehmen. Das ist nicht schon normal. Ja. Weißt du, wer ist jetzt allgemein nur die Bewegung der Maus? Dann könnt's... Nee, bei mir ist die Maus so ein ganz, ganz schlimmes Thema, so Empfindlichkeit oder sonstiges. Gerade finde ich, wenn man Ego-Shooter spielt, ist ja die Maus das einzige Werkzeug sozusagen, was du hast. Und ich hasse zum Beispiel Delay in Wireless-Mäusen, auch wenn's nur minimal ist und kein Arsch merken würde. Irgendwo merkt man's doch schon. Und manchmal bleibt meine Maus vielleicht zweimal am Tag irgendwie kurz hängen. Also, dass sie einfach nur eine Sekunde nicht reagiert oder so. Und allein das stört mich schon. Okay. Das sind so zwei Sekunden, die ich am Tag hab, die manchmal überleben und totentscheiden können. Das stimmt, vor allem in Shootern. Ja, deswegen, eine Maus muss immer funktionieren und darf keinen Fehler haben. Abgesehen mal davon, dass ich es hasse, eine Akku-Maus eigentlich zu haben. Ich bin ja absolut Verfechter von Wireless-Mäusen. Hatte ich früher. Ich hasse sie. Wird es mich dann so genervt, dass jedes Mal, wenn ich zocken wollte, das Ding leer war? Das Gute ist, diese Maus hat eine Anzeige. Das heißt, ich kann abschätzen, also ich kann eigentlich genau sagen, wie viele Minuten sie leer ist. Sondern wie viele Stunden an sich. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber trotzdem ist es ein Faktor, der mich einfach irgendwo dann doch stört, was ich eigentlich nicht gedacht hätte, das will ich aber nicht. Ich will einfach immer, die Maus muss parat sein und direkt funktionieren. Ja und mir ging es halt immer so, ich habe grundsätzlich am Abend vergessen, die Maus irgendwo in die Ladestation zu stellen. Und dann wollte ich am nächsten Tag zocken und dann war sie schon leer. Mittlerweile ist es ja so, dass die meisten zwei Akkus haben, einfach wechseln. Naja, das war ja noch. Ja, ich weiß. Damals war es aber auch noch mit Mega-Delay. Sowas heißt Mega. Natürlich hat man es auch da wieder nicht wirklich gemerkt, aber es war schon vorhanden. Und das war ein Faktor, sich als Shooter-Spieler keine Wireless zu holen, weil da xy-minisekunden-Delay drauf ist. Bis zum nächsten Mal.